Herzlich Willkommen! Ich zeige euch heute, wie ihr bei HappyBet schnell und unkompliziert ein eigenes Konto anlegt und eine erste Wette platziert. Auf die Seite von HappyBet gelangt ihr am besten über eines der beiden Vergleichsportale fußballwetten.info oder sportwettenanbieter.com. Wir starten hier auf der Seite, von der wir von unserem Vergleichsportal aus weitergeleitet werden und um unser Konto anzulegen, füllen wir erst einmal dieses Formular hier aus. Wir geben die üblichen Infos ein, akzeptieren zum Schluss die AGB und klicken auf Registrieren. So, das Konto ist erstellt, als nächstes müssen wir Geld einzahlen. Hierfür klicken wir oben rechts auf Einzahlung. Jetzt stehen die bekannten Zahlungsdienstleister zur Verfügung. Erst einmal geben wir den Betrag ein, den wir einzahlen wollen. Ich nehme jetzt einfach mal 10 Euro, wähle hier die Option aus. Es gibt die Möglichkeit mit Visa zu bezahlen, Maestro, Mastercard und natürlich die Möglichkeit der Sofortüberweisung. Ich entscheide mich jetzt auch dafür, weil hier das Geld nämlich sofort auf dem Konto landet und man sofort anfangen kann zu spielen. Wir klicken auf Einzahlen und geben unsere Daten ein. So, die Einzahlung war erfolgreich. Wie wir hier oben rechts sehen können, beträgt der Kontostand jetzt 10 Euro. Nun können wir endlich unsere Wette setzen und dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Eine davon ist über die Leiste hier oben. Wir gehen auf Sportwetten und suchen uns unsere Liga aus. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Bundesliga und kriegen die nächsten Spiele angezeigt. Ich wähle jetzt einfach mal ein interessantes Spiel aus. Ich nehme das Spiel von Augsburg gegen den VfL, kriege hier die Quoten angezeigt für einen Heimsieg von Augsburg, für einen Unentschieden und für einen Auswärtssieg von Wolfsburg. Hier sind außerdem noch zahlreiche Zusatzwetten angezeigt. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für einen Auswärtssieg des VfL. Unser Wettschein wird direkt rechts angezeigt. Wir können hier das Wertsystem wechseln und den Einsatz hier noch eingeben. Ich setze jetzt 1 Euro und klicke auf Abgeben. Ich klicke auf OK und kriege die Bestätigung, dass das Ticket angenommen wurde. Abgesehen von klassischen Sportwetten bietet euch HappyBet aber auch noch die Möglichkeit von Livewetten, die Möglichkeit des Casino und von virtuellen Sportarten. Euch viel Spaß beim Wetten. Wenn ihr direkt loslegen wollt, klickt einfach auf den folgenden Link. Also, babbi unsicher bar万 auf den